Ja, und hallöche liebe Freunde, hier ist wieder euer Foxy mit einer Runde Roblox und zwar spielen wir heute mal Ice Faculty Tycoon. Ich glaube ich habe es noch nicht gespielt, ich kenne es glaube ich noch, oh warte mal, ich will mal hier einmal ganz kurz den entkleben. Da habe ich schon mal eine Sache fertig, das er ähnelt so ein bisschen wie diesen Bauernhof Simulator, den ich schon mal gespielt habe. Ich bekomme sogar den ersten Hinweis, also nein, ich habe das Spiel noch nicht gespielt, ich muss einmal hier hin, einmal dahin, das ist jetzt erstmal so mein kleiner Tipp, wie was wohl geht. Oh ne, ich komme hier, hier ist noch kein Robux hier, so, einmal Open und dann dauert das noch 28 Sekunden jetzt noch und einmal hier. Hallo, da muss ich wohl warten, bis das da fertig ist, bis er da geladen hat und dann die 15 Sekunden, weil ich kann jetzt hier gerade nichts machen. Oh. Doch, dieses Mal, wenn er da kommt, muss ich da drücken, dann bekomme ich Ice Cream. Die Frage ist natürlich, was ich mit dem anderen machen tue. Das war es jetzt oder was ist hier los? Warum muss ich jetzt hier wieder rein? Open. Ach so, ah, ich verstehe, die Tür hält dann eine gewisse Zeit aus. Auch hier kostet es wieder Robux, 140 für ein weiteres Teil da eröffnen. Das will ich jetzt gar nicht, ich muss mal ganz kurz schauen, was hier überhaupt Sache ist. Ich weiß jetzt gerade selber nicht. 60 Kröten habe ich jetzt gerade erst. Dann brauche ich natürlich mehr Kohle. Ach so, da muss ich natürlich auch hier drücken jetzt erstmal. Ich hoffe, das geht denn hier auch. Zack, zack, paar Pakete rausholen. Für das Eis, so, das öffnen wir dann wieder, damit es wieder ein paar Sekunden öffnen bleibt. Oha, das ist ja nicht gerade sehr besonders viel. Upgrade brauche ich, ein paar Mille brauche ich dafür. Das ist ja nicht viel. Was brauche ich denn hier, um so ein Teil hier noch weiter zu eröffnen? Hier, guck mal. 10 Dollar. So, 25. Komm, scheiß drauf. Vielleicht kriege ich jetzt mehr. Oder was öffne ich da eigentlich? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht so ganz genau. Ich werde hier mal ein paar Pakete wieder reinsetzen, damit ich ein bisschen Geld bekomme. Und hier auch wieder die Tür öffnen. Removal Time. Door Time. Oh, guck mal. Ich bekomme jetzt sogar mehr Sachen. Okay. Auch jetzt ein paar neuere Eissorten. Das finde ich schon mal sehr schön. Kann ich hier auch was machen? Nee, kriege ich gerade keine Sachen. Das kostet hier alles Ruhbox. Was hier ist, das erkenne ich an diese Roblox-Symbole. Also, auch da werde ich wohl ein kleines bisschen Geduld haben müssen. Ich werde hier wieder die Tür öffnen und ruhig ein bisschen Eiscreme rausholen. Oh, da ist jetzt eine ganze Menge zugekommen. So, lass mal laden hier. Ich werde hier jetzt die nächste Vanille-Eiscreme machen. Schokoladeneis. Kann ich auch noch öffnen. Was habe ich denn noch hier? Komm her, nochmal. So, komm. Wollen wir hier ein bisschen nicht so sparsam sein, ne? So, jetzt gibt es auch wieder mehr Eissorten. Gleich drauf zu. Los geht es. Alles öffnen. Jetzt kommt auch Schokoladeneiscreme. Super. Also, wer das Tor geöffnet, die Zeit muss natürlich ein bisschen länger dauern. Eigentlich. Komm mal, von 30 Sekunden könnten ich jetzt für 1500 längere Zeit nehmen. Ah, ich brauche also dringend jetzt mal Kohle. Dann kann ich die Zeit ein bisschen verlängern. Das werde ich natürlich jetzt dann auch wohl gleich machen. So kommt schon mal Eiscreme zu Recht. Das ist doch gut. Hm. So läuft das. Das ist schon mal ein guter Anfang. Dieses Tor schließt sich jetzt schon wieder. Öffnen wir das. Wie viel Geld habe ich? 800 ist noch gar nichts. Dann brauche ich nochmal ein bisschen. drinne Auto. 1000 Kröten automatisch. Komm. Was heißt das jetzt hier? Was habe ich davon? Gehabt jetzt? Gar nichts, ne? Ih. Hätte ich doch die Zeit mal verlängern sollen, was? Naja, egal erstmal. Aha. Das Tor ist jetzt noch offen. Jetzt kommt das Geld. Was heißt denn dieses Auto-Kollektor? Achso. Ah. Guck mal. Die Zeit läuft da. Ne, sieben, acht Stück sind drinne. Ja, weiß ich gar nicht. Brauche ich denn das andere jetzt auch noch? Zumindest kriege ich jetzt schon so lange das Eis zusammen. Komm, ich kaufe mir nochmal eins. Komm. nochmal Schokolade, wo es gerade so einigermaßen läuft. Ich kann es hier ein bisschen beschleunigen noch. So, was so gerade ein bisschen an ist. Und dann wollen wir natürlich nochmal hier wieder öffnen. Das geht so gar nicht. Guck mal, läuft. Das andere macht dann also ein paar mehr. Hm. Was kann ich mir denn noch hier? Eis Upgrade. Eis Upgrade. Komm, wir upgraden einmal. Das Eis, den kriege ich jetzt? Mehr Geld oder so? Das ist jetzt eine gute Frage. Komm mal her. Das muss hier ja schneller gehen. Ich brauche das Eis. Und wir öffnen wieder. Damit werde ich gleich die Zeit erstmal eine Runde Stück verlängern. Kann ich nämlich nochmal ein paar Stück rausschicken. Und dann habe ich die 1,5 gleich. Na, na. Fertig. Und damit mache ich das Karte auf 60 Minuten hoch. Oha. Guck mal, das kostet alles ein bisschen Geld noch. Alles. Ja, so ein bisschen. So. Läuft doch. Perfekt jetzt so langsam. Oh, guck mal. Das geht so. Könnte ich jetzt vielleicht noch Eiscreme kaufen einfach. Noch eine Runde weiterkommen. Mit 300 Tacken. Zack. Dann sind die 300 wenigsten weg. Und äh. Ähm. Ah. Guck mal. Da kommt das Eis so langsam einfach sicher runter. Sehr schön. Guck mal. Ich brauche das Geld weiter. Schneller die Pakete verpacken. Hier. So. Und. 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 5.000 kann ich auf 120 Sekunden hochstufen. Das ist sehr schön. Habe ich jetzt aber noch nicht. Habe ich jetzt noch nicht. Aber das Eis kommt jetzt. Jetzt habe ich sogar noch mehr Eis. Hm. Sehr schön. Ich könnte mir aber das nächste Eis-Upgrader holen. Und ich mache es einfach mal. Auch da weiß ich natürlich jetzt eigentlich gar nicht. Was mir das so alles einbringt. Aber okay. Musste ich jetzt auch nicht. Ob das schneller geht. Weiß ich nicht. Ich werde ja auf jeden Fall mal schnell die Pakete schneller voranbringen. Dass es hier ein bisschen deutlicher und besser läuft. Schön. Wir sehen hier ganz viel Eis rumlaufen. Super. Auch hier kann ich jetzt wieder schneller. Damit es ein bisschen an Kohle stimmt. Und damit habe ich auch die 5.000 eigentlich schon wieder rum. Und kann damit die Zeit jetzt noch länger verlängern. Damit die Tür offen bleibt. Das mache ich einfach mal. So habe ich jetzt 2 Minuten so gesehen. Ganze 2 Minuten Zeit um hier wieder noch mehr zu kriegen. Oh guck mal. Das Eis kriege ich sogar auch damit zurecht. Und könnte mir für 25.000 bald hier Autokollektor mehr. Also mehrere Autokollektor kriegen. Also komm. Wir holen jetzt noch Eis. Was haben wir denn? Strawberry. Wollen wir noch ein Strawberry holen oder so? Eis, Eis, Eis. Also da könnte ich mir alles noch ein bisschen erweitern. Erweitern hier. Guck mal. Oha. Banana. Das wird jetzt langsam hier teuer. Finde ich jetzt ein bisschen heftig. Aber es geht ja. Guck mal. 8.000 habe ich jetzt ja schon wieder. Puh. Das ist ja richtig gut. Da könnte ich ja eigentlich noch einen Eis-Upgrader holen. Für 500 hier. Äh. Für 50.000 sind das. Ach. Ich habe jetzt schon 5.000 gesehen. Hm. Eine Mille habe ich jetzt nicht. Eine Mille habe ich jetzt nicht. Komm. Wir brauchen mehr Eis. Wir brauchen mehr Eis. Komm. Das kommt hier auch noch dazu. So. Dann habe ich ein bisschen Flexibilität drin. Damit kann ich ein paar Pakete öffnen. Durch den Upgrader habe ich jetzt ja hier. Und ich bekomme ja jetzt so langsam Geld. So. Die Tür müssen wir schon auf. So habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit. Die Zeit macht nur vor dem Teufel. Halt für alle Ewigkeit. Die Hölle wird nicht kalt. Oh yeah. 20 Minuten Boost. Was soll das denn jetzt heißen? Stand da unten. Da steht da unten drauf. Server irgendwas. Komm. Oh. Schau dir das an. Jetzt geht es richtig los. Immer her mit die Kohlen. 35.000 habe ich. Könnte die Zeit des Türes nochmal verlängern. oder mir einen weiteren Upgraded holen. Komm. Wir machen das. Was bringt mir das jetzt? Das weiß ich jetzt gar nicht. Was mir das jetzt gebracht hat. Diese Auto Collector 3. Sehr interessant. Komm. Wir brauchen noch Eis. Wir brauchen noch Eis. Komm. Wir machen das voll hier. So. Zeig. Die Reihe ist auch fertig. 4.000. Banane. Komm. Banane haben wir auch noch. Einmal Banane dazu. Sehr schön. Damit kriege ich natürlich wieder ein paar Pakete fertig. Banane kommt jetzt glaube ich erst gleich dazu. Für 25.000 könnte ich auch die Zeit noch weiter verlängern. Also so funktioniert das natürlich richtig klasse. Jetzt kommt das Eis bestimmt jetzt schon richtig extrem raus. Ne? Okay läuft alles wie von selbst. Schon mal sehr schön. Schon mal sehr schön. Gut. Noch 15 Sekunden. 14 Pakete habe ich hier noch fertig. Die holen wir mal da raus. Was mache ich jetzt mit den Kohlen? Das läuft. 50.000. Hier komm her. Einen Eis Upgrader. Komm. Mal raus damit. Mit dem Kram. Hier ist noch ein Eis Upgrader. Doppel. Oha. Da dieses Doppelteil hier. Oh ne. Ich wollte jetzt hier nichts mit Robox kaufen. Komm. Gib's noch einen schnellen Eis Creme dazu. Und wie sieht es aus? Da guck mal jetzt. Das Eis fällt hier schon völlig. Oh. Automatisch runter. Scheiße. Die Tür muss auf. Die Tür muss auf. Die Tür muss auf. Und los. Oh. Hab voll Zeit verschenkt jetzt. Mann. Komm. Die Pakete müssen raus hier. 6, 5, 4. Guck mal. Ich komme gar nicht hinterher. Läuft. Schaut euch das an hier. Was das Eis hier runterkommt hier. Aber ich kriege so wenigstens Geld rein. Ich komme. Oha. Muss ich nur tippeln und dann klappt das alles schon. 25.000. Komm. Wir verlängern einfach die Zeit noch ein Stück. 50.000. 50.000. Habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht für den weiteren Eis Upgrade. Dann wäre der nämlich fertig eigentlich. Vielleicht kriege ich den gleich noch hin. Ich habe immer Eis Man. Der Eis Man. So. Hier kommt 10.000. Komm. Weiter eine Banane. Komm. Wir wollen natürlich. Dass das Geld stimmt. Kann ich hier auch umbauen. Was anderes hinstellen. Guck mal. Die Zeit passt zumindest. 12.000 noch. Oh komm. Raus mit den Kohlen. Ich brauche die. Um hier voranzukommen. Um den nächsten Upgrade gleich zu holen. Den letzten Upgrade. Wie ich das sehe. Und das Rest brauche ich hier in der Mülle. Und das ist natürlich deutlich noch mehr. Das kriegen wir natürlich mit Eis fertig. Und was das ist. Weiß ich jetzt auch noch nicht. Das kriegen wir eventuell auch noch mal gebacken. Aber oha. Guckt euch das an. Durch den neuen Eis. Und durch den neuen Eis. Kommt hier wieder mehrere Kartons fertig. So. Dann machen wir die Upgrades jetzt. Komm her. Zack. Das ist der letzte Upgrade. Den ich da fertig gemacht habe. Und jetzt läuft das hier wie von automatisch. So will ich es haben. So muss das sein. So kann man einfach drücken. Und weiter Geld verdienen. So. Was haltet ihr von diesem Spiel? Habt ihr das schon mal gespielt? Das ist mein Foxy Tycoon. Also ganz simples Spiel eigentlich. Um es hier aufzubauen. Also eigentlich könnte man hier auch noch das letzte Eiscreme hier von der Banane auch noch mal holen. Ist mir hier noch ein Stück schneller. Und so. Damit habe ich die erste Garage tatsächlich schon fertig. Und es ist gar nicht mal so schwer. Wenn man jetzt das Spiel jetzt so gesehen beendet. Oha. Da kriegt man jetzt noch Geld. Kommt man natürlich noch ein bisschen. Das bleibt ja alles so bestehen wie das ist. Und ja. Da bin ich doch nochmal gespannt. Ob sich das lohnt das nochmal weiter zu machen. Das entscheidet natürlich ihr. Nicht ich. Obwohl das Spiel ganz lustig ist. Aber ihr solltet es ja auch sehen mögen. Gefallen dran haben. Also Leute. Lasst mir doch einen Daumen hoch da. Oder abonniert uns doch ganz einfach. Dann seht ihr mehr von solchen Roblox Videos. Oder viele viele andere Sachen. Für jeden ist immer was dabei. Survival Games. Und Simulationen. Und alles. Was wir so gemacht haben. Findet ihr natürlich auf unserem Kanal. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Immer dran denken. Wir sind ja nicht fix. Sondern die Foxis. Und. Game over. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. ма itzugerend. Vielen Dank.